Hallo liebe Schülerinnen und Schüler! Wir beschäftigen uns heute noch mal mit der ANTON-App. Ich erkläre euch genau, wie ihr in eure Gruppen reinkommt, was ihr macht und auch wie ihr andere Themengebiete suchen könnt. Wenn du dich bei der ANTON-App anmeldest, siehst du genau, kommst du gleich auf diese Seite. Du hast hier unten verschiedene Icons und kannst wählen zwischen Fächern, Gruppen und Spiele. Wichtig für euch sind die Gruppen. Du bist angemeldet in deiner Klassengruppe und erkennst gleich, was die Aufgaben der aktuellen Woche sind und welche Aufgaben aus den letzten Wochen waren. Dann klickst du auf die jeweiligen Themengebiete und kannst hier deine Aufgaben bearbeiten. Solltest du ein Themengebiet suchen wollen, weil du noch mal extra etwas üben möchtest, klickst du auf Fächer, kannst hier oben dein Fach wechseln, kannst in den einzelnen Fächern nachsehen oder auch dein Themengebiet hier eingeben und suchen. Solltest du weitere Fragen haben, meldest du dich bei deinen Lehrkräften oder schaust dir das Tutorial einfach nochmal an.